Mom, Dad, darf ich den Hund behalten? Seht mal, bitte! Nein, auf keinen Fall! Bye, Hund! Ich liebe Chubba Chubs! Nein! Ich hasse Gemüse! Hey, was ist mit meiner Spielkonsole passiert? Nein, nein, nein! Keine Spiele mehr! Die Spiele kannst du vergessen! Gut, ich habe ja noch mein Smartphone! Nein, kein Smartphone! Bis du deine Hausaufgaben gemacht hast! Das war's! Es reicht! Ich werde das ändern! Lieber Mr. President! Meine Eltern lassen mich nichts machen! Ich darf nicht einmal einen Hund haben! Kannst du mir helfen? Ja, Amok! Wie kann er nur ohne einen Hund leben? Ich muss ihm helfen! Meine neue Verordnung führt einen nationalen Jahrtag ein! Hier ist eine brandneue Regel! Oh, nein, nein, nein! Kein Jahrtag! Mom, Dad, red mal! Ihr müsst zu allem Ja sagen! Ich darf endlich Pepsi trinken! Moment! Dad hat mir vorher keine Pepsi erlaubt! Schatz, trink Milch! Pepsi ist schlecht für dich! Aber heute kann ich machen, was ich will! Ich brauche ganz viel Pepsi! Also, Dad, lass uns ein Pepsi-Spiel spielen! Wenn ich treffe, trinkst du sie! Muss ich den ganzen Eimer trinken? Alles? Vergiss es! Hat er gerade Nein gesagt? Oh, ja, natürlich! Du hast das falsch verstanden! Ich habe Ja gesagt! Los, los, los! Sehr gut, Dad! Ich bin dran! Dad, ich werde dich schlagen! Ah! Nein! Okay! Ja! Oh, wow! Ups! Ah! So viel Kohlensäure! Oh, nein! Da ist nichts Leckeres im Kühlschrank! Ich habe eine Idee! Ich werde den Kühlschrank in einen Pool verwandeln! Mom, was hältst du davon? Das ist eine geniale Idee! Ich will tauchen! Mach ruhig! Oh, ich kann einen Whirlpool machen! Was ist denn hier los? Ich will nur schnell einen Apfel holen! Warte! Du musst ihn erst waschen, bevor du ihn isst! Jetzt kannst du ihn haben! Danke! Mom, ich will Kekse! Aber wir haben schon einen vollen Einkaufswagen! Okay, hol sie dir! Und Kakao! Oh, ich kann mir aussuchen, was ich will! Was? Nein! Lass das! Hilfe! Ich werde angegriffen! Chips! Mom! Sieh mal! Ich habe getroffen! Aha! Schon wieder! Snacks! Ich will das! Und das! Und das auch! Ruf die Polizei! Was ist hier los? What? Wer redet denn da? Hey! Sorry! Ich liebe es, einen zu kaufen! Oh! Er sagt, dass ich einen Führerschein brauche! Wir sind auf der falschen Spur! Pass auf, Dad! Ihr werdet es schon nicht bereuen! Ich wusste immer, dass ich der beste Sohn bin! Mom! Yeah! Dieses Lied ist für dich! Ich arbeite! Mom! Mom! Was machst du da? Arbeiten? Oh! Du arbeitest viel zu viel! Willst du ein Tambourine? Nein! Rechte Haken! Schwebe wie ein Schmetterling! Arbeite wie Mom! Autsch! Was ist das? Dad! Lass uns Tennis spielen! Du fängst dann! Okay! Ich räume nur schnell alle zerbrechlichen Sachen weg! Puh! Jetzt kann nichts mehr kaputt gehen! Aufschlag! Mein Glas! Sky! Ups! Dad! Das war in Versehen! Schatz, entspann dich! Wir müssen es nur noch ein paar Stunden aushalten! Nein, nein, nein! Nicht auf der Couch springen! Ich will das nicht! Runter da! Officer! Meine Eltern verstoßen gegen das Gesetz! Wir haben dich nur gebeten, woanders zu springen! Damit wir alle zusammen springen können! Los, mach mit! Springen macht so viel Spaß! Hey, was ist mit dem Fernseher los? Hier sind die Nachrichten! Juhu! Ich werde den ganzen Tag lang spielen! Ihr könnt mich nicht davon abhalten! Wir geben auf! Lass uns gehen! Mom, das ist Alice! Alice, willst du mich heiraten? Was? Heiraten? So früh? Das ist furchtbar! Mein Herz hält das nicht aus! Toller Ring! Mom, das Essen ist unglaublich! Lecker! Das ist das beste Essen aller Zeiten! Guten Appetit! Mom, kannst du unsere Hausaufgaben machen? Du musst nur lernen und einen Aufsatz schreiben! Danke! Du bist die Beste! Was? Wie gemein! Mom? Nee, schon gut! Ich hasse den Ja-Tag! Sky hat seine Eltern zu einer TikTok-Video-Challenge rausgefordert! Oh nein! Ich muss Tabasco-Waffeln essen! Na los! Mach schon! Du kennst die Regeln! Ich bin ja auch selbst schuld! Iss! 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 Du schaffst das! Oh wow! Es ist viel zu scharf! Weg da! Mach Platz für den Dad und seine starke Lunge! Hey! Wer hat meine Kerzen ausgepustet? Wie gemein! Herzlichen Glückwunsch! Das Geld gehört dir! Und mir! Sieh, Mom! Sieh! Du schaffst das! Ich hab verloren! Hopf hoch! Das ist doch nur Klopapier! Und ne blöde Challenge! Und das ganze Klopapier! Sky! Heute kann ich alles schaffen! Sieh mal! Es ist Mitternacht! Der Jartag ist endlich vorbei! Sky! Geh ins Bett! Sofort! Puh! Endlich können wir eine Pause machen! Roboter! Hol den Ball! Ich hab sonst niemanden, mit dem ich spielen kann! Was sind das für Geräusche? Spielt Sky etwa mit einem Staubsauger, Roboter? Der Arme! Wir müssen etwas dagegen tun! Sky! Wir haben eine Überraschung für dich! Du wolltest doch einen Hund! Oh, du bist es! Mom! Dad! Ich wusste, dass er bleiben darf! Wir wollen nur, dass du glücklich bist!